Hausmittel und Medikamente Simple Mückenstiche können Sie durch den Juckreiz fast in den Wahnsinn treiben. Es gibt jedoch zahlreiche Tricks, mit denen Sie für Linderung sorgen können. Wir verraten Ihnen, welche Behandlung sinnvoll ist und welche Hausmittel helfen. Wenn Sie eine Mücke gestochen hat, gelangen überdessen Speichel Proteine in die Haut, die die Blutgerinnung verhindern. Der Körper aktiviert nun Abwehrmechanismen, indem er das Hormon Histamin ausschüttet. Dieses löst als Nebeneffekt unangenehmen Juckreiz, Schwellungen und Rötungen aus. Der wichtigste Tipp nach einem Mückenstich lautet, kühlen Sie die Stelle, um den Juckreiz zu lindern. Wenn Sie sich kratzen, verteilen Sie den Speichel der Mücke, der den juckenden Gerinnungsschammer enthält, noch mehr. So wird der Mückenstich noch größer und juckt immer stärker. Außerdem können Bakterien leichter eindringen, die mit unter einer Infektion hervorrufen. Kaltes Wasser oder sogar Ihr eigener Speichel sind eine Erste-Hilfe-Maßnahme. Ist der Mückenbiss aufgekratzt, sollten Sie diesen am besten mit einem Pflaster abkleben. Das verhindert das Weiterkratzen. Ein altes Hausmittel gegen juckende Mückenstiche ist eine halbierte Zwiebel, die mit der Schnittstelle auf den Mückenstich gedrückt wird. Auch eine halbe Kartoffel oder eine Scheibe Zitrone eignen sich. Der Saft einer Aloe-Fra-Pflanze kann den Juckreiz ebenfalls reduzieren. Hilfe aus dem Garten bieten die frischen Blätter des Spitzwegerich. Diese werden auf den Stich gelegt und mit einem Stoffband fixiert für etwa zwei Stunden auf der Haut belassen. Ist der Juckreiz gar nicht mehr zu ertragen, hilft ein Eiswürfel oder eine kalte Kompresse. Achten Sie aber darauf, diese nicht direkt auf die Haut zu drücken, da sonst das Hautgewebe unter der Kälte leiden könnte. Wickeln Sie das Kühlelement stattdessen in ein Geschirrtuch, um die Haut zu schonen. Auch ein feuchtes Tuch schafft Linderung. Zudem raten Experten zur Anwendung von Umschlägen mit Essigwasser. Der Essig lindert den Juckreiz, sein strenger Geruch verpflichtigt sich dabei schnell. In der Apotheke sind Gels zur Behandlung von Mückenstichen erhältlich, die ebenfalls kühlen und den Juckreiz sowie die Schwellung zusätzlich durch ein leichtes Antistaminikum linden. Dieses hemmt das für die allergische Reaktion verantwortlicher Histamin. Ein solches Gel gehört gerade für den Urlaub in jeder Reiseapotheke. Menschen, die sehr empfindlich auf die Stiche reagieren, sollten zudem eine niedrig dosierte Kot-Eisenchem dabei haben. Diese Behandlung ist allerdings nur eine kurzfristige Lösung und sollte stets mit einem Arzt abgesprochen werden. Wenn der Mückenstich sehr groß ist und sich heiß anfühlt, sollten Sie zum Arzt gehen, denn das könnte auf eine ernste allergische Reaktion oder eine Entzündung hindeuten. Bei Stichen von Bienen, Wespen oder Hummen kann es bei Allergikern zu einem gefährlichen anaphylaktischen Schock kommen. Hier ist sofortige medizinische Hilfe notwendig. In ärztliche Behandlung gehört auch ein Mückenstich an einer sehr sensiblen Stelle wie dem Augenlid oder der Lippe. Der Arzt wird Ihnen dann ein Antibiotikum oder ein Antistaminikum verordnen. Dauerhaft abschalten können Sie den Juckreiz leider nicht, doch bei regelmäßiger Behandlung, am besten mehrmals täglich, sollte bald eine Linderung eintreten. Damit es gar nicht erst zu Mückenstiche kommt, erfahren Sie hier, wie Sie einer Mückenplago effektiv vorbeugen. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite. E. I. J. R.